Ein auf Mathe Professor, jetzt beschwerst du dich wie ich mich hier artikulier und jetzt, jetzt heißt hier noch hier, dass ich mathematische Berechnungen hier falsch interpretiere. Ganz kurz, ganz kurz stillschweigen. Ganz kurz stillschweigen. Hi Kygnus. Das ist das neue Gentium. Kennt ihr noch das alte Warcraft Video mit den Tauren? Ja, das ging so... Ruffle Mow. Ruffle Mow. Von Tauren kommt da nichts vor, das sind nur Tauren. Sieben Tauren musst du gehen. Ich glaube... Tauren überschneiden. Siebenmal gehst du über die Orks und dann schaust du im neuen Fenster Youporn. Das verwirrt mich jetzt Kygnus. Du warst doch schon ein langer Follower, oder nicht? Wieso krieg ich jetzt wieder ne Meldung? Hä? Spider-Count-Bot. Ja wahrscheinlich. Madda, Madda. Oh, die passt ja voll zu mir, ein Schuss Eintreffer. Ja. Ja, der ist eben mit der Sch... Okay. Ach jaaaa. Die kann man auch zerlegen. So Leute, jetzt bitte bei den nächsten springen vielleicht nicht so viel dazwischen Narbern. Vielen Dank. Äh... Ja, genau. Okay. Danke, danke. Dann lass mich das in einem Satz zusammenfassen für dich, Manu. Nein, ich will nicht sagen, es liegt an mir. Es liegt an euch. Also... Einfach halt. Och komm jetzt. Oh, nee. Nee, echt jetzt. Ah nee, ich muss mich jetzt in die Opferrolle wagen. Ja. Von mir aus. Du musst noch ein bisschen rumheulen, dann kriegst du halt ein bisschen Mitleid. Ja. Tut mir leid. Bisschen Mitleid eventuell. Nein, das war eigentlich nur lieb gemeint, aber... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ganz süß. Ohne Scheiß. Boah, die geht nicht mehr kurz, was wir sind dann hinten drauf. Heutzutage darfst du nicht fahren. Boah, ich hab eine gekillt. Äh... Boah, ich hab eine gekillt. Boah, ich hab eine gekillt. Achso, hattest du dir das nicht angezeigt, oder wie? Hygnos. So, was kann ich... Ich hab eine gekillt. Ich hab eine gekillt. Madda. Madda. Maja Madda. Hö. Was denn? Ich geh dich da super hin. Lauf! Lauf! Heiho! 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 Reparieren macht mich froh! Heiho! 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 Ich bin jetzt gleich am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Heiho! Er wollte mich schießen und hat nicht gebrochen. Nicht gebrochen. Oh, Töte ist ein Irren! Nicht zu verwechseln mit dem Irren. Wie die? Wie die grad vorfressen. Nicht zu verwechseln mit dem Irren. Na, ich hab mich schon gefragt. Dacht, vielleicht bist du im Urlaub oder so. Ist mir schon aufgefallen. Wischen! Die kommt grad wischen. Nicht so oft zu gegen, war's erst die letzte Zeit. Wieder ausgeschärftet. Oh nein. Mach feier. He, he. Skilled. Na komm her, Genji, Alter. Ich bin hier der Chef im Laden. Ach, so gut. Versager. So ein Versager. Ha! Ich hab ihn getötet, also korrigiere mein Geschütz. Turret of the game. Ich hab schon einmal gesagt. Das war nicht der Fall. Nein, Turret of the game hat er noch nicht gesagt heute. Alter, was geht denn hier? Aua. Aua, Probleme. Also die Ruttentanten hab ich schon mal gekillt. Hellwing sterbe nicht! Er muss sagen, die letzte Woche da hab ich nicht die in das Wind. Die Barre, Alter! Mit ihrer eigenen Urge getötet. Der from the wall wollte ich in die Fresse tot. warum tötet den soldier der ist so low ja jetzt und das war ein Pimmelpirater die ganze Zeit ach da Genshi pimmelt da rum bei meinem Geschutzt jetzt hab ich zwar mal ne ulti für den soldier gewastet aber das macht nicht ich hab's für den Ding gewastet das war ein schlechter Reflect von dem Genshi deren Genshi ist regelrecht der hat's drauf der Kerle ja auf jeden Fall oh shit shit nein nicht Kartoffelchips verpiss dich das ist Vodka nein Kartoffels mein Name ist Katiki Vodka Tiki Vodka Tiki ja Titi ganz so Titi Kakasee der kam eigentlich auf die Wunderstand weiß ich nicht aber ich muss irgendwelche Indianer die Indianer vom Titi Kakasee servus ist irgendwer von euch schon gestorben kann das sein als ich den Film letztens erst gesehen habt ihr oder so ne aber ich hab mir doch einiges gemerkt ich kann noch viel mehr ich hab' ich irgendwie schon 5 Millionen Mal angeschaut nein dein Turret zählt nicht als tot ich wollt grad fragen ja dann bin ich noch nicht gestorben ich bin grad das erste Mal ich hab' jetzt 12 a 1 ja Torbjörn leidet an akutem Tourette Syndrom ja toll aktives aktives Tourette Syndrom mhm mit jede Menge Reparierte Tilg ich hab' den Hanso oder wie ich gern sagen würde der Schwein schon draus kann trotzdem möchte ich ihn so Farrow hab' ich auch down ach ja den Reaper hab' ich auch gleich auch nicht ne Reaper hab' ich leider nicht ich hab' einen Reaper ja den hab' ich auch gleich ja ne doch nicht geht bitte auf die Farrow Farrow auf Farrow hab' ich runtergeschossen wow Farrow Farrow ich mach' jetzt ein bisschen auf Deck und sehe Farrow Farrow Reaper will ich gleich hinter reinspringen oh baby Farrow geschreddert das nicht richtig das krasse Tier wie ne kleine Baby Krähe ja wer ist wie ne kleine Baby Krähe ohhhh dieser Schrei gerade eben voll geil oder ja Vera komm ich bin auch so hässlich nein ich hab die wenig gedrückt super nee Baby Krähen sind echt voll süß keine Ahnung keine Ahnung meine Mutter ist früher mal durch den Park gegangen und da war gerade die Zeit wie die Krähen ihren Baby zu das Fliegen beigebracht haben und das eine ist halt gestorben und dann hat sie äh Küken aus dem Nest geschmissen und bei meiner Mutter in die Kapuze nett das sah so richtig lustig aus lustig lustig tralalala bald ist Krähe in Kapuze da 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 oh ja irgendwie so ja das lohnt sich das Spiel oder? da das ist doch mega das ist doch mega wir stressen die mich so ab ja ja äääh ach ne Reap von hinten ups also ich glaub wir sind auch also ihr könnt auch die äh zudraub gehen die sind gerade mit mir beschämt die drei Leute na wie wär fordert wie der grad den Reaper angesagt hat ohne Witz der ist hier mit dem Gegner aus dem Team irgendwie weil der sagt das immer an wenn ich schon tot bin ja also du übrigens äh der Reaper der dich vor 5 Sekunden getötet hat der kommt ohne Witz ja alle wichtige Mitglieder leben doch nur ja natürlich ja aber das wichtigste Mitglied so dann tsch der ist nicht da ja der Niedelwurz Schniedelwurz du aus dem bleiben Niedelwurz Niedelwurz du 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 ja ja da muss aber Zeitzyknot Boah ich hab den Volt auch voll der wirklich wichtig ist bum 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 kann unsere Mercy mich einmal bitte voll heilen in Gendry Gapel 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 so dafür bin ich jetzt gestorben weil machen ja gut machen zudem so ihr kriegt Wissen eigentlich habt ihr es nicht aber ihr bekommt Doppelkill! Doppelkill! Wir machen zusammen, weil es irgendwie nicht so richtig ist. Uiuaaa ting hang. Bingo! Ma-ha-maha-da! MADAMADA! Ne, nicht Haramash! Haramash! Du-du-du Haramash! das ist eure wir dürfen nicht wanken komm schon schickt die noch mal her ich will meinen rekord einstellen hallo oh gott noch sterben nein ich schaff's nicht aber aber man 29 0 hatte ich ein paar vorbeischicken können ja gut mit torbion ist es ja so der kunst Aber mit Torfjörn der Killstreak ist... Alter, guck mal hier, 29. Torben, du kriegst einen Mitleidpunkt. Oh, geil, danke. Dass du die 30 nicht geschafft hast. Geil, danke. Aber warte, das ist ja scheiße.